30.000, 30.000 Abonnenten seit gestern Abend, seit dem 25. November, da schreit geradezu danach, dass ich, Writing Bull, mich ein kleines bisschen bei euch bedanken sollte für all die Treue und für das Vertrauen für die vielen Leute, die immer mit dabei sind und mir so viel Motivation geben, dass ich furchtbar gerne zum Beispiel einen 30.000 Abonnenten-Spezial-Livestream mache. Heute Abend, 26. November, ab 20 Uhr, hatte ich ohnehin schon vor, Darksiders 3 zu streamen, ein Action-Rollenspiel. Diesen Livestream, den machen wir auch, aber wir wandeln ihn ein bisschen um und variieren ihn. Ich werde anfangs mit euch zusammen zum gemeinsamen Warmwerden und Reinkommen in den Abend dieses Action-Rollenspiel spielen, wo man ja nicht so wahnsinnig viel bei plaudern kann, weil man sich drauf kontrollieren und konzentrieren muss, ob man mit seiner peitschenbewehrten dämonischen Lady auch wirklich seine Gegner erfolgreich schnetzelt, damit man nicht selber geschnetzelt wird. Aber das machen wir nicht so furchtbar lange, sondern werden danach eine kleine Überraschung noch gemeinsam erleben, ein anderes Spiel, das rundenbasiert ist und ein bisschen langsamer und gemütlicher zugeht, zusammenzocken und dann mit euch gemeinsam, wenn ihr das möchtet, ein wenig plaudern über das, was in den letzten Jahren passiert ist, vielleicht über eure Lieblings-Let's Plays, die ihr hattet bei mir auf dem Kanal, was ihr für Wünsche noch habt, welche Spiele ihr gerne sehen würdet, welche Formate und so weiter. Und es gibt natürlich dann auch spontan, wirklich spontan, etwas zu verlosen. Ich habe meinem Schaupartner Gamesplanet drei Keys aus den Rippen geleiert und zwar sind das drei Steam-Keys, mit denen ihr die Beta-Version von Tropico 6 jetzt bereits zocken könnt. Das heißt, ihr bekommt nicht Tropico 6, das Spiel, das ja erst im Ende Januar erscheinen wird, aber ihr könnt bis zum Release die aktuelle Beta-Version zocken. Und ja, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Da gibt es auch alle möglichen Inhalte drin, Sandbox-Missionen, Teil der Kampagne, alle Epochen sind drin und so weiter. Die drei Exemplare werde ich verlosen während des Streams, da machen wir so ein kleines Zahlen-Ratespiel. Heute Abend, 26. November, ab 20 Uhr und richtig schön lange, parallel auf YouTube und auf Twitch.TV. Bei mir, Writing Bull, 30.000 Ammonenten Spezial. Tag sei das drei, plus Rundenstrategie, plus Tropico 6 Keys zum Verlosen. Ja, ich freue mich auf euch und Chipmunk, mein Co-Modulator, freut sich sicher auch. Bis bald, euer WB. Bis bald, ich freue mich. Bis bald!